Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Dieses Mal schaue ich mir die Distribution QVOS an in der Version 4.10. Und was das Tolle für mich dabei ist, da ist gleich auch schon der TDE Desktop mit dabei, was ja mein Lieblingsdesktop ist. Gucken wir uns das Ganze mal an, was das so bringt, was man damit kann und überhaupt. Erstmal so ein kurzer Überblick, dieses QVOS, was ist das überhaupt? Ja, es ist eine Distribution auf Basis von Debian Bullseye, der Version 11 und auf dem Patch Level 11.4. Dann hat man die Wahl zwischen zwei verschiedenen Arten. Man kann einmal mein TDE Trinity Desktop in der Version 14.0.12 mit dazu packen oder einen Plasma Desktop, was ja ein KDE 5 irgendwas ist. Für die TDE-Version von dem QVOS gibt es eine 32-Bit-Version, die gibt es für die Plasma-Variante nicht. Und dann gibt es ein 64-Bit-Installationsmedium und es gibt auch zwei Live-Medien. Ich werde mir gleich mal angucken, die 64-Bit-Version mit TDE als Installationsmedium. Also nicht live, ich will das sofort installieren. Dann die Hardware-Anforderungen habe ich mir von der Webseite gekratzt. Da wird für TDE veranschlagt, dass man 300 MHz in der CPU haben muss. Ja gut, das klingt nicht nach wirklich viel. 256 MB RAM ist jetzt auch heutzutage nicht mehr wirklich viel und 3 GB Festplatte. Wenn man jetzt die Plasma-Version möchte, braucht man schon eine 1 GHz CPU, 1 GB RAM und 5 GB Festplatte. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie die selbst eher QVOS bewerben, also so Eigenwerbung, was man so auf so eine Webseite schreibt, wenn man ein eigenes Projekt vorstellt. Ja, einzigartige QVOS-Werkzeuge soll es zum Einrichten des Systems geben. Ein bisschen haben wir das ja schon mal kennengelernt in einer Folge, die ich vor über einem Jahr, denke ich mal, gemacht habe, wo ich auf diesem Raspberry Pi P400 das mal installiert habe und das war eigentlich ganz cool. Also da ging wirklich sehr viel drüber einzurichten, das war sehr einfach und das fand ich sehr rund als Konzept und überhaupt. Keine Ahnung, ob das hier auch so ist, wir werden es sehen. Dann haben wir als nächsten Werbepunkt extrem stabil, da auf Debian-Basis. Okay, würde ich sagen, wenn man Debian als Basis nimmt, ist es stabil, klar. Kann man nicht so viel falsch machen. Dann wird auch noch damit geworben, dass man einfach zwischen verschiedenen Desktop-Themen hin und her wechseln kann. Ja gut, das kriegt man woanders auch, aber gucken wir uns das nachher auch nochmal an. Und womit auch geworben wird, dass man TDE-Plasma nebeneinander betreiben kann, ohne dass sich da irgendwas gegenseitig stört. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Bei Debian könnte ich mir auch einen zusätzlichen Desktop dazu installieren und mit dem Login-Manager jedes Mal auswählen, was ich denn jetzt gerade heute hätte. Also, ja gut, ist jetzt kein unbedingt Alleinstellungsmerkmal, aber warum nicht? Dann haben sie natürlich auch einen eigenen Software-Shop, macht ja heutzutage jeder. Jeder Desktop hätte gerne eine eigene Anwendung dafür. Haben die halt auch gemacht, gucken wir uns auch mal ein bisschen an. Zu guter Letzt noch, wo kriegt ihr das Ganze her? Wo gibt es weitere Informationen? Von der Q4OS.org-Webseite natürlich. Ja, genau, also schauen wir uns das mal an. Ich habe mir jetzt dieses 64-Bit-TDE-Installations-ISO runtergeladen, in der Virtualbox gestartet. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich eine klassische Installation mache. Dann habe ich hier so eine Installation ohne Nachfragen. Das wird die ganze Festplatte löschen, überschreiben. Also eure Daten sind dann wirklich weg. Aber es ist natürlich praktisch, wenn ihr relativ viele Systeme aufsetzt. Und ja, dann werdet ihr nicht gefragt, dann geht es halt dementsprechend zügiger. Das habe ich einmal kurz vorher ausprobiert. Das funktioniert wirklich. Ja, da installiert das dann einfach. Dann wird das komplett auch eingerichtet. Dann fährt es beim nächsten Mal grafisch hoch. Dann wird gefragt hier, wie heißt dein Benutzer, wie ist Passwort und so weiter. Welche Sprache soll es denn gerne sein? Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Das habe ich bei Debian und Co. in der Art nicht wirklich gefunden. Irgendwo kriegt man so einen OEM-Installer, dass man das so ein bisschen anpassen kann. Aber in der Art und Weise habe ich das so noch nicht gesehen. Fand ich eine gute Sache. Ich glaube, das gucken wir uns einfach mal an. Auch wenn es jetzt nun nicht wirklich so großartig spannend ist. Aber gucken wir mal. Wie man da jetzt sieht oder wie man kurz gesehen hat, wurde partitioniert, formatiert und jetzt werden von der CD bzw. von diesem ISO die Pakete auf dem System direkt installiert. Ja und das eben ohne, dass ich einmal hier was gedrückt habe. Also es funktioniert wirklich automatisch. Die Installation ist mittlerweile durchgelaufen, ohne dass ich da jetzt irgendwie eingreifen musste. Das System ist auch gleich von der Festplatte hochgestartet. Also das Installationsprogramm hat es auch geschafft, die CD auszuwerfen, auch wenn sie bloß virtuell ist. Ja, das hat soweit ganz gut geklappt. Und das erste, was ich jetzt sehe, ist denn dieser Dialog hier. Und da kann ich gleich ein bisschen einstellen, wie der Bildschirm so von der Skalierung und vom allgemeinen Setup sein soll. Da klicke ich dann einfach mal auf OK und jetzt könnte ich hier noch ein bisschen einstellen mit der Skalierung, wie ich das haben möchte. Und dieser Skalierungsfaktor oben, der hat ja auch Nachkommastellen. Das ist wohl bei anderen Desktops ein Problem gewesen, dass man keine sehr krummen Werte dort eingeben konnte. Aber hier geht das sehr problemlos. Mal gucken, was haben wir hier noch. Achso, da könnte ich jetzt hier ein Zentimetermaß direkt auf meinen Monitor drauf pinnen und dann genau ablesen, ob das jetzt übereinstimmt. Aber mit dieser Einstellung hier 1,00 bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, jetzt passt es leider unten nicht drauf. Das ist wiederum blöd. Mal gucken, ob ich den jetzt kleiner kriege. Ja, kriege ich noch kleiner gezogen. Und dann mache ich Apply. Und ja, es ist erstmal auf Englisch installiert. Klar ist Standard bei quasi jeder Distribution. Und wenn ich jetzt möchte, dass meine Standard-Systemsprache ein anderes außer Englisch, dann muss ich hier auf No klicken. Denn ich möchte natürlich gerne, wie haben sie es hier sortiert, G, G, nicht G, German, also Deutsch haben. Sag wieder OK. Ja, dann generiert er hier diese Sprachdateien und lädt hoffentlich gleich auch noch Sprachpakete herunter. Ja, das hat jetzt auch schon gut geklappt, ohne dass ich da jetzt großartig irgendwie was machen musste. Dieses System kann sich allerdings per DHCP die Netzwerkkonfigurationsinformationen holen. Also ich musste keine statische IP-Adresse eingeben, so wie ich das normalerweise mache, wenn ich ein bisschen mehr mit so einem System vorhabe. Ja, aber letztendlich ist das wohl Standard bei euch zu Hause. Da habt ihr ja einen Router, eine Fritzbox oder wie auch immer, wo innerhalb von eurem lokalen Netzwerk auch IP-Adressen verteilt werden. Von daher ist das normalerweise auch kein Problem. So, jetzt soll ich für den Benutzer Admin Q ein Passwort vergeben. Hier wäre es natürlich praktisch, wenn da irgendwie beistehen würde, wofür dieser Benutzer gut ist. Ob der quasi so Root ersetzt, so ein bisschen so wie beim Ubuntu, wo man mit seinem normalen Benutzer und Sudo denn Root-Rechte erlangt oder wozu es überhaupt gut ist. Naja, ich habe sowieso keine Wahl. Ich muss ein Passwort vergeben. Habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe ein schlechtes genommen. Das ist natürlich nicht gut für Produktivsysteme. Wenn ihr es produktiv einsetzen wollt, dann natürlich ein längeres und komplizierteres Passwort verwenden. Für so Testzwecke, wo ich die vor allem hinterher wieder wegschmeiße, ist das okay. Aber für Produktivsysteme natürlich was ordentliches nehmen. So, dann wiederum auf OK klicken. Das Passwort wurde geändert. Das ist schon mal gut. Und als nächstes kann ich mir aussuchen, was ich mir noch dazu runterladen möchte. Das stand auch irgendwo drin in dieser Eigenwerbung, dass man das System nicht sofort vollgemüht kriegt mit so einem Satz an Zeug irgendwie. Man kriegt erstmal ein einfaches System und dann wird nachinstalliert, was man gerne möchte in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zum Ausprobieren würde ich denn halt das volle hier nehmen. Und mal gucken, was kann ich hier noch? Da. Okay. Ah, das ist das nächste, was sie beworben haben. Also ich kann neben meinem Trinity TDE Desktop hier einen zusätzlichen Desktop installieren. Und mir was auswählen. Das ist letztendlich das, was bei DEVIA noch mit dabei ist. Ich würde da einfach mal KDE Plasma mit dazu nehmen. Denn das ist ja diese andere Variante von dem QVOS, wo es den Plasma Desktop mit dazu gibt. Dann haben wir wahrscheinlich beides in eins. Gucken wir uns nachher auch noch mal ein bisschen an. Sagen dann hier OK. Hier haben sie es leider nicht übersetzt. Schade eigentlich. Und ja, jetzt Install. Und jetzt wird sich das wieder ein bisschen hinziehen, bis die einzelnen Pakete dort runtergeladen sind. Und gucken, kriege ich den auch da? Genau. Dann noch mal das Ganze in groß. Und jetzt wird es einfach dauern. Was gerade so ein bisschen an euch vorbeigeflutscht ist und was ich bloß am Augenwinkel gesehen habe. Also es werden jetzt über 1,2 GB an Paketen erstmal runtergeladen. Die werden natürlich auf dem System entpackt und sind dann deutlich größer. Boah, mal schauen. Ja, wieder etwas später und jetzt sind wir durch damit. Beziehungsweise die vor allem hat gut gearbeitet und ist selbst zum Ziel gekommen. Jetzt sollen wir auf Finish klicken, da die Installation fertig ist. Und herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kann ich mit einem Klick auf OK den Rechner einmal neu starten. Ja, das sollten wir wohl mal tun. Nach dem kurzen Neustart habe ich jetzt meinen Anmeldemanager und standardmäßig vorgewählt ist hier dieser Admin QVOS. Das ist der Admin Q ja höchstwahrscheinlich, wer soll es anders sein? Und jetzt kann ich mir hier unten auswählen, welche Arbeitsflächensitzung ich gerne hätte. Da haben sie jetzt Plasma voreingestellt, also KDE 5 irgendwas. Aber eigentlich möchte ich ja mit TDE anfangen und nachher vielleicht noch mal kurz reingucken, was die bei Plasma so gezaubert haben. Jetzt gebe ich mein super, super, super sicheres Passwort ein. Und ja, drücke Enter und dann mal gucken, was die da so gezaubert haben. Ja, genau. Ein Willkommensbildschirm. Schon so ein paar Effekte sind aktiviert. Also bei TDE kann man... Okay. Das ist so eine spezielle Eigenart von diesem QVOS. Also die haben sich eine Menge Arbeit gemacht mit diesen speziellen Werkzeugen. Das war für den Raspi genauso. Also die haben sich wirklich was überlegt und erkennen auch solche Sachen, dass das Ding jetzt in Virtualbox läuft. Und ja, schön, dass das Ganze in Virtualbox läuft. Sollen wir da mal was machen? Und diese Gastabweiterung, die möchte ich einfach mal installieren, wenn mir das so angeboten wird, direkt auf dem Silbertablett. Klar, nehme ich mit. Jetzt haben sie da so einen kleinen Installationsdialog gebaut, der so ein bisschen aussieht wie so ein altes Windows-Installationsprogramm. Aber vielleicht gibt es das immer noch in der Art und Weise, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen heimlicher fühlt, wenn man aus diesem Windows-Umfeld kommt. Ja, einfach mal fortfahren. Und ja, alle Tests dafür, dass das funktionieren könnte, sind schon mal gut. Install. Jetzt werden wahrscheinlich gleich einfach Pakete installiert, die es bei Debian sowieso gibt. Oder obwohl, nein, die kommen aus dem Q4S.org-Repo. Da haben sie vielleicht noch mal extra was gebastelt. Und fortfahren. So. Damit diese optimierten VirtualBox-Gasterweiterungen aktiv werden, muss ich einmal meinen Display-Server neu starten und so schnell wie möglich. Ja, das macht man letztendlich dadurch, indem man sich einmal abmeldet oder einmal neu startet, wie er hier angeboten hat. Wenn dann noch die Kernel-Treiber mit reingeladen werden sollen und nicht bloß hier der Display-Manager und die grafische Oberfläche. Ja, wenn mir das vorgeschlagen wird, dann mache ich halt jetzt auch mal einen Neustart. Ja. Ja, ein Neustart später. Das ging relativ zügig auch wiederum. Und mein Desktop hier, TDE, ist vorausgewählt und kann mich jetzt mit meinem Passwort anmelden. Ja, und das hat wirklich funktioniert mit dem Installieren von den VirtualBox-Gasterweiterungen. Denn jetzt kann ich dieses Fenster, wo drin das läuft, also meine VirtualBox mit dem QVS einfach mal größer ziehen. Und die Auflösung innerhalb davon, die passt sich dynamisch an. Sieht natürlich jetzt im Video erstmal schlecht aus, weil das da noch nicht angepasst ist. Aber wenn ich das jetzt so mache, dann haben wir das Ganze jetzt schon mal so, dass da mehr drauf passt. Die Standardauflösung ist relativ gering. Und jetzt haben wir dasselbe in höherer Auflösung. Und ja, schön. Also das funktioniert. Ja, willkommen bei QVS, dem schnellen und effizienten Desktop-Betriebssystem. Fokussierend auf langhaltige Stabilität, Zuverlässigkeit und einer klassisch aussehenden Benutzeroberfläche. QVS ist als ein sehr einfaches Desktop-System mit minimaler Software aufgebaut. Jetzt ist es an der Zeit, um Ihr Desktop einzustellen. Wobei Sie die unten stehenden Verknüpfungen benutzen können. Hm, okay, gut. Jetzt stelle ich mal Ihr Desktop ein. Gucken wir das mal an. Desktop-Profiler starten. Der Desktop-Profiler wird automatisch optionale Programme und Tools installieren und konfigurieren. Und das nur mit einem einzigen Klick. Sie dürfen zwischen verschiedenen Desktop-Profilen auswählen. Achso, genau. Das hatten wir ja schon von dem Installationsdialog relativ weit am Anfang. Gucken wir, wenn ich da jetzt zurückgehe. Ne. Export-Profile. Okay, gut. Also ich kann das jetzt noch exportieren, speichern und sonst was tun. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Damit komme ich zurück. Programme installieren. Das ist wahrscheinlich das Software-Center, was jeder irgendwie mit dazu packt. Und mal gucken, was haben wir hier. Wir haben so Bewertungen für die einzelnen Programme. Synaptic, also so ein Paketmanager mit grafischer Oberfläche. Das hat eine sehr gute Bewertung. Das wird wahrscheinlich sehr häufig dazu installiert, weil die Leute die Software-Center von QVOS vielleicht doch nicht so super finden. Relativ weit oben ist dann hier auch noch Google Chrome. Chromium. LibreOffice ist schon vorinstalliert in diesem großen Bundle mit verschiedenen Anwendungen, was wir installiert haben. Dann sind auch noch Dinge dabei, wie hier Nvidia-Treiber, HP-Drucker-Treiber und verschiedene andere Dinge. Das sieht eigentlich ganz gut aus, von den Sachen, die schon mit dabei sind. Also hier in diesem Shop schon mal so vollgeschlagen werden. Platz 1 bis 57. Warum nicht auch mal Platz 1 bis 57? Oder vielleicht sind das die Anwendungen, die überhaupt schon mal irgendwie bewertet wurden und der Rest halt nicht. Und darum taucht es nicht auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und wir haben hier oben auch gleich noch den Synaptic-Manager. Wenn wir da drauf gehen, müssen wir unser Passwort eingeben. Und dann haben wir einen anderen Paket-Manager. Ja, und hier haben wir jetzt die große, große Welt des Debian-Repos, wo ein paar zusätzliche QVOS-Pakete auch noch drin sein werden. Da hatten wir gerade eben als Kategorie TDE. Da. Ah, ganz ab. Hä? Wenn ich da ganz runter gehe, dann habe ich TDE, dann kommt der Balken rüber und dann ist es weg. Das ist ja scheiße. Aber mit der Pfeiltaste komme ich da runter, auch wenn ich es grafisch nicht mehr auswählen kann. Hm. Das ist irgendwie ja blöd gemacht. So und so. Naja, okay, gut. Was haben wir denn noch hier? Also es gibt eine eigene Kategorie mit TDE-Programmen, wo mehr oder weniger gute Programme wahrscheinlich bei sind. Ja, was würde ich sonst noch mit dazu nehmen? Hm. Einfach bloß, um das mal zu zeigen, was man da noch nachinstallieren kann. Ach, Spiele sind auch immer gut. Und da nehmen wir einfach mal hier die KDE Games in der Trinity Edition. Und da sind verschiedene einzelne Spiele mit bei. Ja, und jetzt wenden wir das Ganze einmal an. Und dann haben wir nochmal die Liste hier mit den Paketen, die auch wirklich installiert werden. Da werden 24,4 MB zusätzlicher Speicher auf der Platte belegt und 10,7 MB müssten heruntergeladen werden. Hm. Das machen wir mal. Ja, und jetzt wird das Ganze noch irgendwie entpackt und ein bisschen rumkonfiguriert. Weil es nicht so viel ist, geht es natürlich auch deutlich zügiger als, ja, wenn es jetzt was Umfangreiches wäre. So, jetzt ist es auch wirklich fertig. Dann kann ich das einmal hier wieder zumachen. Und müsste jetzt hier irgendwo ganz viele Spiele haben. Applications. Also die Übersetzung ist noch nicht so komplett. Da heißt es denn Einstellungen. Aber ich möchte jetzt ja Programme, Spiele, Weltraumspiel. Castroids, sehr beliebt auch bei der Museumsdacht in Kiel. Da reißen sich Jung und Alt um einen alten Rechner, wo Debian 3.0 drauf läuft. Mit KDE 2.2.2 meine ich. Das läuft da drauf, die Castroids und da haben wir einen Monitor und da trifft die Generation Atari auf die heutigen Kinder. Und beide spielen denn Astroids oder Castroids und sind mehr oder weniger gut dabei. Ja, sowas verbindet irgendwie. Ja, was haben wir denn dabei? Mini Golf, also Golf ist auch irgendwie ganz witzig. Da muss man, das habe ich schon mal gespielt in einer neueren Version, in irgendeinem Video auch. Nicht, dass ich es jetzt irgendwie könnte. Aber ich so, ach das ist ja, das ist ja fies. Jetzt muss ich hier aufpassen. Wie kriege ich das denn hin? Nee, da fällt er natürlich rein. Oder, ach so, ich kann ja auch ein Stückchen. Ja. Oh, das ist ja mal nett. Ups. Tja, Pro-Gamer bei der Arbeit. Das war zu viel. Warum fängt das mit diesem Level an? Habe ich das ausgewählt, dass das so schwierig sein soll? Immerhin ist es noch auf dem sichtbaren Bereich. Wir sind hier aus dem Fenster rausgerutscht. Und, na, mal gucken. Hey, Mann, bin ich gut. Hey. Och nö, Spieler 2 hört damit jetzt auf. So, gut. Also das ist dieser, ja, Software-Manager, wo es einfach so ein paar Vorschläge gibt mit Programmen, die gut bewertet wurden und die man dann einfach so mit installieren kann. Okay. Was haben wir noch? Proprietäre Codecs installieren, falls wir irgendwie DVDs damit abspielen wollen. Vielleicht auch Blu-Rays, ich weiß es nicht. Dann haben wir nochmal hier Screen Scaling, womit wir da so einen Vergrößerung, Skalierungsfaktor auswählen können. Das haben wir ja schon mal gemacht. Autoanmeldung anwenden wollen wir eigentlich nicht. Dann haben wir hier Switch Start Menü zum alternativen Kick-Off Start Menü wechseln. Mal gucken, was haben wir hier? Also dieses Start Menü hier, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Denn, wie ihr es gesehen habt, ich muss das mal gucken. Wo bin ich? Ach, Applications. Und warum da rechts? Ach nein, links. Programme. Ah, das ist das, was ich eigentlich möchte. Finde ich irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Dann haben wir aktuell dieses Bourbon Start Menü. Ich probiere jetzt mal aus, was Kick-Off macht. Ja gut, das ist schon so ein bisschen mehr in der Richtung, sodass ich damit einfacher umgehen kann. Also es hat so verschiedene Reiter hier. Programme. Da habe ich sofort meine Programme unter Programme, Programme. Und dann mal gucken, was haben wir noch? Classic. Das ist wahrscheinlich eher das, was ich wohl kenne. Genau, also man klickt drauf und man hat sofort denn diese Auswahlmöglichkeiten. Finde ich eigentlich eher das Bessere dabei. Und dann Menüstruktur, QVOS oder Kategorien. Ich klicke da drauf, unten auf dieses Start-Symbol, Dingsbums da. Und dann habe ich sofort meine Kategorien mit den verschiedenen Programmen. Ja, und dann bin ich halt schon da und muss dann nicht erst mal rum vorwerken. Dann haben wir hier noch mehr Optionen. Gucken wir mal. Hardware-Info. Was da so drunter ist. Also wir haben denn hier zum Teil emulierte Anteile. Und zum Teil werden Dinge wie die CPU direkt durchgereicht. Also das ist das Hochsystem, auf dem es auch läuft. Diese ungefähr 2 GB RAM, die habe ich der virtuellen Maschine zugewiesen. Genauso wie diese Festplattengröße, die ist auch rein virtuell. Genauso wie die Grafikkarte, die drunter sind. Das ist emuliert. Und die Hauptplatine, Oracle, die stellen sowas glaube ich gar nicht her. Natürlich wissen wir jetzt auch genau, wie diese Version heißt. Also diese 14.0.12. Und die Distro, die heißt QVOS 4.10.2-N1. Und der Codenamen ist Gemini. Ja, dann haben wir noch ein paar Informationen dazu, was das für eine tolle CPU ist, was die so kann und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Und Details, da haben wir denn auch nochmal ein paar Informationen. Das ist, ja, auch ganz gut aufbereitet. Also, falls man mal wissen will, was in so einem System drin ist, dann kriegt man hier eine gute Auflösung. Finde ich gut gemacht. Ja, dann haben wir hier noch Desktop-Effekte. Da kann ich jetzt Desktop-Effekte einschalten. Also, hier dieses Transparente, das gehört wir noch nicht dazu. Und, ja, ich mache das einfach mal. Mal gucken, was mich da erwartet. Jetzt muss ich mich einmal auslocken und natürlich wieder einlocken. Das mache ich jetzt auch einmal. Aktuelle Sitzung beenden, zum Abmelden. Und dann lande ich auf meinem Login-Manager, der jetzt auch diese höhere Auflösung hat, dank Virtualbox-Gasterweiterung. Melde mich wieder an. Und mal schauen, was ich gleich für super tolle Effekte habe. Ja, auf den ersten Blick, da passiert nicht viel mehr. Also, das Fenster fängt nicht an zu brennen oder zu wackeln oder was weiß ich alles Mögliche. Aber wenn ich jetzt mal gucke, bei dem Conqueror, also das ist so ein Latein-Manager, der auch einen integrierten Webbrowser hat, den ihr allerdings nicht mehr unbedingt verwenden solltet, weil er einfach zu veraltet ist. Gucken wir uns Icons mal an. Mal gucken, ob da irgendwie eine Vorschau existiert. Nö, dazu nicht. Also von daher weiß ich jetzt gar nicht, welche Effekte es hier jetzt geben soll. Also normalerweise kann man einstellen, dass man Vorschau-Bilder automatisch generieren lassen möchte, sodass man die sieht. Aber das ist hier irgendwie nicht drin. Also von daher fehlt das erstmal nicht offensichtlich, wozu das jetzt gut sein soll. Ja, man kann auch online nach Dokumentation gucken. Direkt auf der Homepage haben sie hier verlinkt. Und man kann natürlich etwas ans Projekt spenden. Macht das, wenn euch das gefällt. Eine andere Sache, die auch beworben wurde, dass man relativ einfach den Desktop umgestalten kann mit so einem, ja, anderen Thema. Mal gucken, wie man da jetzt so hinkommt. Ich weiß es nicht. Ich würde unter System gucken und eigentlich fehlt mir hier dieses Trinity-Kontrollzentrum, über das man das normalerweise machen kann. Dann haben wir hier wahrscheinlich die KDE-5-Irgendwas-Programme. Also hier fehlt irgendwie noch dieser Eintrag mit dem TDE-Kontrollzentrum, wo ich das einstellen kann. Wenn ich jetzt nochmal hier diesen Willkommensbildschirm mir angucke und nochmal das Startmenü umbaue auf, ja, ich setze das jetzt einfach wieder hier auf DS Bourbon. Das ist ja das, was sie eigentlich vorschlagen. Vielleicht gibt es dort irgendwo so einen Link-Kontroll-Panel. Da haben wir jetzt hier Erscheinungsbild und Design-Verwaltung und Debonair, heißt dieses Standard-Thema von QVOS. Dann haben wir hier KDE-Classic, das ist wirklich sehr klassisch. Dann haben wir hier Keramik, Plastik, Platinum wohl. Ne, Default soll das hier sein, aber von dem Screenshot hier sieht das schon irgendwie anders aus. Also das Icon ist da ein anderes und das ist grau und nicht schwarz-dunkel hier. Da haben wir so einen Standard-Blau hinter, also kein Bild. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Aber wenn ich jetzt da mal durchgehe, Wine Classic, das sieht so ein bisschen aus wie hier Windows 95, 98 vielleicht. Keine Ahnung, was das soll, Yellow und Blue, ob es das irgendwo anders gibt oder ob das einfach bloß so ein Hochkontrast-Thema ist für Leute, die nicht so gut sehen können. Obwohl, das gibt es ja auch noch mal. Da haben wir noch mal anders, Kontrast. Was haben wir da denn noch? Dann haben wir hier noch mal ein weiteres. Ja. 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 Oh. Das sieht, ähm, ja, so ein bisschen wie XP aus. Das hier ist wie, hm, ist das auch wie XP? Gute Frage. Achso, Sunshine, das ist wie SunOS. wie, ähm, dieser SunOS, Solaris, SunOS, also dieser CDE-Desktop, der bei den Sun-Systemen früher mit dabei war. Vielleicht ist es heute immer noch so, dass es bei den, ähm, Solaris-Systemen auch noch irgendwie, obwohl, oder haben wir jetzt Gnome? Ich weiß es nicht. Also, das sieht auch so ein bisschen aus, so wie früher. Ähm, Spring. Ach, ich nehme einfach mal das hier. So, neues Design installieren. Achso, ah, da muss ich wahrscheinlich bloß anwenden machen. Ja, und jetzt habe ich hier so ein interessantes Thema, wo die Startleiste auf der linken Seite ist. Ja, kann man machen, ne? Also, wem es gefällt, wäre jetzt nun nicht so meins, das hier, mal gucken, wie das so aussieht. Boah. Ja, also Frühling, also Spring finde ich es jetzt noch nicht. Hat mir so ein bisschen was von Winter mit so Stehflocken. Ja, okay, aber bis zum Ende der Folge, lass es jetzt einfach mal so. Ja, also man kann sich verschiedene Themen auswählen und man hat Standardanwendungen hier wie Firefox mit bei VLC, Google Chrome. Weiß ich nicht, ob ich den standardmäßig mit dazu installieren würde. Ich würde wahrscheinlich eher Chromium Brave oder sonst was nehmen, aber okay, haben die so gemacht. Ja, prinzipiell würde ich sagen, das, was ich so sehen wollte, was auf meinem Zettel steht, das haben wir jetzt auch gesehen. Und dann würde ich mich jetzt einmal hier, ich will nicht turn off, oder muss ich doch turn off. Okay, also es schaltet nicht bloß aus, sondern ich kann auch die aktuelle Sitzung beenden, damit ich mich abmelden kann. Und dann wechseln wir noch einmal zu dem Plasma rüber, mal gucken, was sie da so eingerichtet haben. Ob das eher so ein, ja, Debian Standard Plasma Desktop ist oder ob die da auch noch ein bisschen Brimborium gemacht haben. Sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, also wir werden auch wiederum von diesem, ja, QVS-Werkzeug begrüßt, Willkommensbildschirm, wo wir ein bisschen was einstellen können. Wir haben jetzt ja einiges gelernt schon, also den Profiler brauchen wir nicht mehr, Programme installieren wollen wir eigentlich auch nicht. Hardware-Info wollen wir auch nicht. Mal gucken, haben wir ja noch mehr. Hier gibt es weniger Optionen als bei dem TDE Desktop. Und darum mache ich das jetzt einfach mal zu. Und wenn ich da mal gucke, Systemeinstellungen, was es da noch so gibt. Also vielleicht auch mal gucken, ob die da noch irgendwelche speziellen Themen, globales Design. Da haben wir jetzt andere. Ich weiß nicht, ob da standardmäßig bei so einem Debian mit dabei ist, dass es diese Auswahl dort gibt. Oder ob die das jetzt bei dem QVS mit dazu gepackt haben, wenn ich das jetzt haben möchte. Einfach bloß mal so, weil ich es kann, weil es da ist. Oh, muss man mögen. Das hier. Also das ändert jetzt nicht so viel. Oh, ja gut, das finde ich eher sehr unpraktisch. Dann das nächste. Also mit diesen Transparenzen hier, das ist ja echt unpraktisch. Was haben wir da? Future? Captain Future? Ich probiere jetzt noch mal aus, was passiert, wenn ich das hier einmal auswähle. Und dann gibt es ja auch noch hier Plasma Stiel. Vielleicht muss ich da auch noch was Passendes zu auswählen. Genau, wenn ich da jetzt auch mal sage, dass hier neue Stiele holen aus der Teil. Ist das jetzt schon aktiv? Ja, das ist schon aktiv. Was haben wir da noch? Farben. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas, was nicht eingestellt ist. Aber ich denke mal, das ist schon. Obwohl, noch mal so. Also es bleibt weiterhin transparent. Und damit finde ich eher, das ist schlecht zu lesen, wenn man was anderes im Hintergrund hat. Also ich kann da grob peilen, aber das finde ich ist eher erst mal schlecht gewählt. Ja. Boah, also das ist so natürlich besser lesbar, aber wenn eine Anwendung im Hintergrund sind, die vielleicht doch ein bisschen heller sind vom Fenster her, dann ist es deutlich schlechter zu lesen. Ja, also das ist hier die Plasma Variante. Keine Ahnung, ob die jetzt anders ist, als wenn ich jetzt das Ganze von dem ISO mit dem Plasma installiert hätte. Mag natürlich sein, aber mehr oder weniger hoffe ich eigentlich, dass es genauso ist. Als wenn ich das extra installiere. Also sonst fände ich das so halbwegs witzlos. So, mehr wollte ich jetzt hier mehr auch nicht angucken. Und da sind wir auch schon wieder. Also nochmal wiederum Installationsmedium reingeschmissen in die virtuelle Maschine und davon gebootet. Und dann haben wir wieder diesen Auswahlbildschirm mit den verschiedenen Optionen. Ich gucke jetzt einmal auch bei diesem Advanced rein, was wir da haben. Und, achso, Pre-Install for OEMs. Okay, gut. Da kann man vielleicht noch irgendwie so einen Modus aktivieren, sodass man mehr gefragt wird am Anfang. Mag natürlich sein. Aber ich möchte jetzt hier Classic Install machen. Und dann gucken wir mal, was da so rausfällt. Und dann habe ich mehr oder weniger so einen Debian Installer ein bisschen abgewandelt. Und die werden höchstwahrscheinlich mit dem Pre-Seat da schon mal einige Fragen vorab beantwortet haben. Das kann man machen. Also man kann so einen Debian Installer, also das, was wir da gerade sehen, modifizieren. Und, ja, Programme dazufügen oder einfach Fragen, die normalerweise in so einem Installationsprozess gefragt werden, schon mal vorab beantworten, sodass sie nicht mehr angezeigt werden. So, jetzt werde ich danach gefragt, wie der Name meines Benutzers ist. Also ich habe denn nicht mehr diesen Admin Queue, sondern kann mir einen freien Benutzernamen auswählen. Also sowas wie Test hier. Wiederum mein super sicheres Passwort dazu. Das kommt auch mit da rein. Und jetzt kann ich höchstwahrscheinlich auch auswählen, wie ich partitionieren und formatieren möchte. Ja, ich habe eine Festplatte in meinem System drin, beziehungsweise in der virtuellen Maschine. Von daher habe ich keine große Auswahlmöglichkeit, sondern sage immer bloß Enter. Da habe ich jetzt so ein einfaches Layout. Ich habe hier ein System emuliert, was ein BIOS ist, also kein UEFI. Von daher bekomme ich hier zwei Partitionen. Eine Partition mit EXT4 formatiert für das Betriebssystem, für Daten, für den Linux Kernel, Treiber und den ganzen Krempel. Und eine Swap Partition, die bloß dann benutzt wird, wenn der Arbeitsspeicher ausgeht. Ist eigentlich ganz gut gewählt so. Das ist aber auch Debian Standard. Wenn ich damit zufrieden bin und nichts mehr anpassen möchte, dann Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen. Dann nochmal die Frage hier, ist das wirklich alles so, wie es sein soll? Dies zerstört nämlich alle Daten auf Partitionen. Und wenn da vorher was drauf ist, was ich eigentlich noch erhalten möchte, dann ist das jetzt der letzte Punkt, wo ich noch sagen könnte. Oh nein, lieber nein, aber ich bin damit eigentlich zufrieden. Ja, dann wird wiederum partitioniert, formatiert, wird das Basissystem installiert. Dann werden bestimmt auch wieder dieselben Pakete runtergeladen aus dem Internet und darauf installiert. Und dann haben wir wahrscheinlich genau dasselbe wieder wie vorher. Aber das finde ich jetzt wenig spannend. Von daher erspare ich mir das. Erspare euch das. Wenn ihr das Ganze wirklich selbst mal ausprobieren wollt, dann nehmt VirtualBox, KVM oder was anderes zum Virtualisieren. Ladet euch von der Website von QVOS.org das ISO runter. Oder je nachdem, welches ISO ihr haben wollt. Und probiert das einfach mal selbst aus. Spielt damit mal ein bisschen rum, ob das vielleicht was für euch ist. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und so ein bisschen die Augen geöffnet. Was es vielleicht von dem Mainstream, von den Distributionen, die man so kennt und Desktops, die man so kennt, vielleicht noch gibt. Was vielleicht doch mal ein Blick wert wäre. Macht es nach. Macht es nicht nach. Abonnieren. Glocke drücken. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Die ganze Zeit. Und dann geht's. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020